Hallo, heute empfehle ich euch Bücher, in denen Bücher eine große Rolle spielen. Ich habe dieses Format bei Norman vom Kanal Notizhefte gesehen. Guckt mal da vorbei, ich verlinke euch dieses Video oben in der Ecke. Ich finde das als Idee total toll, auf Bücher zu gucken, in denen Bücher eben eine große Rolle spielen, weil ich die selber sehr liebe, aus zwei Gründen, glaube ich. Also ich habe mal versucht zu überlegen, warum ich Bücher über Bücher so spannend und so anregend und so gefühlvoll finde. Das ist zum einen, weil das als Setting einfach sich gut anfühlt, sich wohlig anfühlt. Dieses Gefühl von Bibliotheken oder ja, vielleicht mit einem Autoren eine Weile lang, ein paar Seiten lang Zeit zu verbringen und dessen Geschichte zu lesen oder wie auch immer. Also es fühlt sich sehr vertraut an, finde ich. Geschichten, in denen Bücher eine große Rolle spielen, weil das eben in meinem Leben auch so ist, dass ich das als Setting irgendwie und als Faszination so gut verstehen kann. Also die Sehnsucht und die Anziehungskraft von Büchern, das ist was, was ich teile und deswegen gefällt mir das als Setting schon mal ganz gut. Und das Zweite ist, glaube ich, so unterschwellig, mag ich Geschichten, in denen gezeigt wird, dass Bücher oder Geschichten oder Bücher schreiben oder wie auch immer, Geschichten erzählen, eine gewisse Aussagekraft hat und eine gewisse, ja, Ausstrahlung hat. Also häufig sind ja Geschichten, in denen Bücher eine große Rolle spielen, gleichzeitig auch Geschichten, die den Wert von Büchern irgendwie mittransportieren. Entweder weil Lesen bedeutsam für die Menschheit ist oder weil Geschichten erzählen bedeutsam für uns als Gesellschaft ist oder weil Bücher einfach eine bestimmte Aussagekraft haben und Figuren mit Büchern zusammen lernen oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, das, warum ich die Begeisterung von Normen teile für Bücher, in denen Bücher eine große Rolle spielen. Und dann habe ich mal in meinen Goodreads durchgeklickt und überlegt, welche Bücher ich euch empfehlen kann, in denen Bücher eine große Rolle spielen. Und da sind ganz unterschiedliche auf meinem Bildschirm aufgetaucht, von denen ich euch jetzt gerne erzählen will und will natürlich eure Empfehlungen wissen. Ich habe euch jetzt schon gesagt, dass ich Bücher liebe, in denen Bücher eine Rolle spielen. Und meine Empfehlungen hört ihr jetzt, aber gleichzeitig bin ich auch ganz offen für eure Empfehlungen. Los geht's! In meinen Vorschlägen oder in meinen Empfehlungen spielen Bücher mehr oder weniger eine Rolle. Das werde ich immer auch versuchen, dazu zu sagen und ein bisschen genauer zu beschreiben, auf welche Art und Weise Bücher in meinen Empfehlungen eine Rolle spielen. Das erste ist Animant Kruppens Staubchronik von Lynn Rina. Das ist ein Fantasy-Light-Romantasy-Roman, der ziemlich umfangreich ist, aber der so ein bisschen das abdeckt, was ich als wohliges Setting am Anfang beschrieben habe. Es geht um Animant, die ihrer Mutter versucht zu entkommen. Es ist ein historischer Fantasy-Roman und sie versucht, Abstand zu ihrer ziemlich bevormundenden Mutter zu gewinnen und nimmt die Assistentenstelle in einer Bibliothek an, obwohl der Bibliothekar einen ziemlich miesen Ruf hat, ziemlich mürrisch zu sein. Und sie fängt dann an, für diesen Bibliothekar zu arbeiten und die Arbeit in der Bibliothek, die Annäherung zu diesem Bibliothekar, für den Bücher ganz wichtig sind, war eine total schöne Leseerfahrung. Und auch so ihre Arbeit, wie gesagt, in der Bibliothek mitzuerleben. Und das hat teilweise ganz leichte Fantasy-Elemente. Also es gibt zum Beispiel ein Verwaltungssystem in dieser historischen Bibliothek, was nicht historisch real ist, sondern was sich so ein bisschen magisch anfühlt. Das wird nur ganz am Rande miterzählt. Das ist kein großer Aspekt in dieser Geschichte. Es geht vielmehr um Animants Emanzipation und ihre blühenden Gefühle für diesen Bibliothekar. Aber das Setting ist super und dass die beiden auch so Liebe zu Büchern teilen, ist was, was die beiden verbindet. Ach, das war richtig schön. Dann empfehle ich euch nochmal die Falle von Melanie Rabe. Hier geht es um die Erfolgsautorin Linda Konrads, die seit vielen Jahren zurückgezogen lebt, nachdem sie damals den Mord an ihrer Schwester miterleben musste und der Täter flüchten konnte, obwohl sie sein Gesicht gesehen hat. Und viele Jahre später glaubt sie, den Täter im Fernsehen wiederzuerkennen. Und dann will sie einen Roman schreiben, der diesen Mann, den sie im Fernsehen gesehen hat, aus der Reserve lockt. Und in dem Thriller ist es so, dass wir teilweise Lindas Geschichte lesen, teilweise aber auch aus dem Buch, was sie als Falle geschrieben hat. Und die Grenzen dazwischen verwischen immer mehr. Also man weiß nicht so richtig, was in der Geschichte, die Linda jetzt geschrieben hat, entspricht den Geschehnissen damals, was mit ihrer Schwester passiert ist. Was hat sie dazu gedichtet, um den Täter aus der Reserve zu locken. Und da muss man irgendwie immer so die Perspektiven mit wechseln und muss jetzt überlegen, was stimmt, was stimmt nicht. Und dieses Wechselspiel zwischen Buch und Buch im Buch, das hat mir richtig gut gefallen und ist meiner Meinung nach ziemlich empfehlenswert. Dann habe ich ja Bücherstadt von Akram El-Bahai gelesen. Das ist der Auftakt einer Fantasy-Trilogie, die ich definitiv weiterlesen werde. Und hier spielt auch eine ziemlich mysteriöse Bibliothek eine große Rolle. Es geht um Sam, der früher Dieb war und das aber jetzt nicht, wenn man weitermachen will, sondern bei der Palastwache anheuert. Und eigentlich dachte er, würde er einen sehr ehrenhaften Job bekommen. Er soll allerdings jetzt am Anfang seiner Karriere erstmal alte Bücher in der Bibliothek bewachen und er findet das überhaupt nicht gut. Aber hinter den Büchern steckt ein fantastisches Geheimnis. Meinetwegen hätte es sogar mehr in der Bibliothek spielen können. Also wir verfolgen Sam, wie er versucht, diesem Geheimnis nachzuspüren, was mit den Büchern und auch der Bibliothek zu tun hat. Und das führt ihn häufiger aus der Bibliothek raus. Und meinetwegen hätten wir uns ruhig gerne länger in der Bibliothek aufhalten können. Ich gehe aber davon aus, dass das in den nächsten Bänden weiterhin eine Rolle spielen wird. Wenn euch zum Beispiel Tintenherz oder Fantastische Tierwesen gefallen hat, dann ist die Paramythia-Trilogie von Akram Elberhei absolut was für euch. Und wenn ihr Bücher über Bücher liebt, dann auch. Was natürlich in diesem Video nicht fehlen darf, weil es eine sehr einfallsreiche Idee ist, ist der Secret Book Club von Lyssa K. Adams. Das ist ja eine Liebesromanreihe. Jeden Band kann man geschlossen, getrennt voneinander lesen, aber die hängen locker zusammen. Und in dieser Liebesromanreihe geht es um einen Buchclub von Männern. Renommierte Männer, also Geschäftsmänner, Sportler, Künstler, ja, Politiker. Und die lesen heimlich Romances, um für ihre Frauen bessere Partner zu werden. Und die Idee ist so grandios und fast ein bisschen utopisch. Also ich glaube, dass viele Beziehungen davon profitieren können, wenn Romance gelesen wird und darüber diskutiert würde. Und das zeigt sich in dieser Reihe. Und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang angesprochen habe. Was für eine starke Ausstrahlung Bücher haben können, zeigt sich jetzt in diesen Männern, die Romances lesen und da so ihrem Lehren rausziehen und lernen, was sie in den Beziehungen mit ihren Frauen besser machen können oder wie sie ihre Frauen überhaupt erstmal für sich gewinnen können. So witzig, weil gleichzeitig eben auch über das Genre Romance diskutiert wird. Was gibt es für wiederkehrende Strykmuster? Was gibt es für Figuren, Typen, die immer wieder auftauchen? Und dass das gar nichts Schlimmes ist, sondern dass da ganz viel an Themen, gesellschaftlichen Themen miterzählt wird, was die Beziehungen zwischen, ja, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern was romantische Beziehungen allgemein, ja, bereichern könnte, wenn da ein bisschen offener drüber kommuniziert würde. Das finde ich total überzeugend. Ich lese selber Romances genau aus diesem Grund. Und ja, freue mich, dass diese Reihe das so aufgreift und den Wert von Romance nochmal so hervorhebt. Be My Tomorrow von Emma Scott erscheint im Mai als deutsche Übersetzung. Ihr könnt euch das gerne schon mal auf euren Wunschzettel schreiben. Das ist nämlich eine klare Empfehlung von mir. Und hier geht es um ein Graphic Novel im weitesten Sinne. Es geht nämlich um Zelda, die vor vielen Jahren ihre Schwester verloren hat auf wirklich traumatische Art und Weise. Und seither hält sie sich von ihrer eigenen Familie eher fern und macht sich große Vorwürfe und versucht, diese Geschichte in einem Graphic Novel zu verarbeiten und dieses Graphic Novel in New York Verlagen anzubieten und hofft, einen Vertrag zu bekommen, damit diese Graphic Novel veröffentlicht wird. Und dabei stößt sie auf Beckett und schlupft bei dem so unter. Der hat zwar nur eine sehr kleine Wohnung, aber sie ist auf seine Hilfe angewiesen, dass sie eine Zeit lang bei ihm wohnen kann. Und er weiß ganz genau, die hat etwas Besseres verdient als ich. Und trotzdem, ja, entstehen Gefühle und er hilft ihr auch bei der Fertigstellung dieses Graphic Novel. Und die Zusammenarbeit an diesem Kunstwerk, Das fand ich schon sehr gefühlvoll und wie die beiden auch darüber sprechen, was die Arbeit für sie bedeutet und wie die Geschichte im Buch, also im Graphic Novel, von ihrer eigenen Geschichte abweichen darf oder nicht. Ach, das war irgendwie ganz schön. Und teilweise sieht man auch in dem Buch Zeichnungen aus dem Graphic Novel. So ist es zumindest im englischen Original. Ja, und das erscheint im Mai als deutsche Übersetzung und da geht es eben auch um Bücher. Hier sogar um einen speziellen Fall, nämlich Graphic Novels. Und zum Schluss, das Flüstern von Tinte auf Papier von Lindsay Harrell war ein bisschen ein Überraschungserfolg für mich. Ich hatte gar nicht erwartet, dass es mir so gut gefallen würde. Es geht um Ginny und Sophia. Sophia muss den Tod ihres Verlobten überwinden und Ginny lebt gerade in Scheidung. Und die beiden tun sich in Cornwall zusammen, nachdem sie ein 150 Jahre altes Notizbuch einer Gouvernante namens Emily finden und wissen wollen, wie die Geschichte von Emily vor 150 Jahren ausgegangen ist und ob dieses Notizbuch ihnen vielleicht in der heutigen Zeit auch eine Lehre sein könnte. Im Groben geht es in diesem Buch eher erstmal um Selbstheilung und Trauer zulassen und dann nach vorne gucken. Das war irgendwie ganz schön und gefühlvoller, als ich das erwartet hatte. Ich hatte eher so ein luftig, leichtes, leicht oberflächliches Frauenbuch erwartet, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber es war dann doch irgendwie tiefsinniger, als ich das erwartet hatte. Und der Geschichte dieser Gouvernante, die sich dem Schreiben vor 150 Jahren gewidmet hat, die zu verfolgen. Und noch dazu, Ginny besitzt einen Buchladen, einen Bücherladen, was wollte ich denn jetzt sagen? Einen Bücherladen. Und der kriselt auch so. Und Sophia hat zwar Ideen, wie man das retten könnte, aber Ginny steht halt an so einem Scheideweg im Leben und weiß nicht, ob sie jetzt den Buchladen weiterführen soll oder nicht. Ja, das war irgendwie rund um so ein Buch-Setting. Eine Geschichte über Selbstheilung von Frauen, die mich irgendwie, ja, überrascht hat und ich euch empfehlen kann. Das war's. Ich habe ja, wie gesagt, einfach mal so meine Goodreads-Liste an gelesenen Büchern durchgescrollt und geguckt, in welchen Büchern Bücher eine größere Rolle spielen und welche ich davon euch empfehlen kann. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss! Musik 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 요